Alles lebt uns! Gott, ich kann dir, der die ersten Starter in Rennen Gohsam Klinkstück Martin Runtmann und alles Zweike Alles lebt uns! Gott, ich kann dir, der die ersten Starter in Rennen Gohsam Klinkstück Martin Runtmann und alles Zweike der Topf aus Kasselang. Der Topf aus Kasselang. Wenn man das Recht ausgedrückt hat, hätte man aufzuprobieren, wie den... Jens Hölke, Herr Olle, jetzt Kasselang, hier zu sein, das heißt, außen ist in der eigene Welt, wenn wir an der Kasselang einbringen würden. Und wie gewohnt wird es hier? Keine Woche noch, das hat schon aufgeregt. Ja! Das ist ja aufgeregt, wie wir vorerst bist der Meister. Schön, aber auch noch. Es ist ja so bitter, dass Sie gehen, dann ist da auch... ... 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 Wir haben einen Ausdruck von 30% hier dabei, das heißt, es war ein guter Geldbeinnehmer in der Stimme als reifliche Eingemers, und das ist gut, wie sie hier sind. Die in der Stimme, die in der Stimme ist eine große Zahl, die sich in den Stimme ist, das ist gut, wie sie hier sind, die sind die Fahrzeuge. Hier sind die 30% der Fahrzeuge, die in der Stimme ist ein vieler Whole, die sind 30% der Fahrzeuge, die 30% der Fahrzeuge, die sind 30% der Fahrzeuge. 3 Athletinnen hier am Wendepunkt und einmal Jenny, einmal Arne, Arne! Kurzfristige Anmeldung, am Freitag noch der Anruf bei Willi. Ich komme, ich will mitwarten. Ich habe mich an der Wechselzone gesehen. Es war schnell. Es war so schwer. Ja genau! So, hier lasst uns jetzt noch selbstverständlich die Nase putzen, noch was warmes anziehen, bevor wir mit dir sprechen. Ja, das hat mich schon sehr schwer angefühlt. Ab des Grunds, in diesem Fünften bin ich nicht zu sehen, dass es sich sehr lange gefühlt hat. Das musst du uns ja verstehen. Nein, es war schon sehr schwer. Letzte Woche habe ich noch ein wenig gemerkt. Ich habe es voll auf dem Rennen rausgemacht. Ich bin nicht ganz ungefühlt. Ich habe es ganz gut. Und dann fiel der Platz auf der Oberkampf. Und jetzt hier in München sogar Sie oder Sie, die wir jetzt weiter nehmen. Ich habe das Gefühl, dass du dieses Ziel erreichst. Du weißt, was es jetzt gilt. Nicht mehr nur noch aufhalten, sondern vielleicht ist weniger sogar ein bisschen mehr, ein bisschen regenerierender sein. Ach so, der Trainer, dass wir das heute noch nicht glauben. Das ist wieder ein Lass. Das würde ich jetzt aber auch sagen und nicht nach mir. Also, Anne, schau dir die ruhige Straße. Das ist ja auch wirklich gegen den Weg, um das zu schaffen. Wir sind mit dabei dann. Also, jetzt schauen wir dann auch hin, wenn die Nächsten kommen. Du hast ja gleich Glück bekommen, Jenny und Heidi Lange zusammen beim Laufen. Aber mittlerweile ist jetzt Jenny vorne. Also, das hast du schon auch noch mitgekriegt. Also, so schön strahlen Siegerinnen. Letztes Jahr war es die Melanie. Dieses Jahr konnte sie nicht dabei sein, weil sie ja krank ist. Und dieses Jahr strahlt sie alle mit der Sonne von München um die Welt weg. Gratulation der Siegerinnen von 2010. Alle auf! Wunderbar! Und Ziel! Im März in China beim dortigen Iron Man 3. Und die Nächsten im Ziel, die Cornelia, das Team Erdinger Alkoholfrei. Oben haben wir ja unseren Gerdinger Alkoholfrei. Ähm, ist nur oben. Das ist ja ein richtiger, ein richtiger Koppel da oben. Sie haben ziemlich hohe Nummer, aber die absoluten Favoriten haben 17er Nummer. Untertitelung des ZDF wäre noch nicht. Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020